Ich freue mich außerordentlich, dass wir das heute fortsetzen dürfen nach diesem sehr, sehr spannenden, hochinteressanten Start in der letzten Woche. Ich freue mich, dass Sebastian Heinzel aus dem Schwarzwald zugeschaltet ist als unser Referent. Ich freue mich, dass Gaby Pennekamp hier wieder vor Ort ist, die das, das sage ich hier auch nochmal so ungeschützt, ehrenamtlich alles hier vorbereitet und macht und wunderbar vorbereitet hat. Ich freue mich, dass Sie alle da sind aus, ja, ich hätte schon fast gesagt, aus aller Herren Länder, ja. Das ist ja wirklich eine wunderbare Perspektive. Wir können miteinander starten. Ich würde das Wort jetzt einfach an Frau Pennekamp übergeben. Ja, auch von mir ein herzliches Willkommen Ihnen allen. Ich freue mich, Sie wieder zu sehen. Einige sind ja auch neu und deswegen werde ich auch ein bisschen eine Überleitung machen vom letzten Mal her zu heute, damit Sie so auch den Anschluss bekommen können. Herr Heinzel, Sie wurden ja schon herzlich begrüßt. Ich freue mich auch, Sie wieder zu sehen. Und Sie sind ja Filmer und, also Dokumentarfilmer und Autor. Und ich würde gerne, bevor ich, ich mache jetzt erst die Anknüpfung und dann würde ich gerne persönlich noch ein paar Fragen an Sie stellen, damit wir Sie auch ein bisschen besser kennenlernen. Vor allem die, die letztes Mal nicht dabei waren. Also wir haben ja am letzten Vormittag schon gehört von Ihnen, Herr Heinzel, dass Sie so etwa mit Mitte 20 angefangen haben, über den Krieg zu träumen. Sie haben geträumt, Sie sind auf einem Panzer, Sie fahren mit einem Panzer, feuern durch die Gegend und verschwinden dann irgendwann im Wald. Und dann haben Sie angefangen, der Sache auf den Grund zu gehen. Sie wollten einfach wissen, was da mit Ihnen los ist. Haben auch verschiedene Wissenschaftler aufgesucht und mit Ihnen gesprochen und auch mit Fachleuten, die sich damit befassen. Ich nenne mal als eine Sabine Bode. Das sagt Ihnen sicher was, Herr Brunn, ganz deutlich. Kriegsenkelbuch hat sie ja auch geschrieben. Und da haben Sie dann erfahren, dass es sowas wie eine Vererbung gibt. Das heißt, Stresserfahrungen, extreme Erfahrungen wie Krieg, Flucht, Vertreibung werden genetisch weitergegeben. Das heißt, auf der DNA kann man das nachweisen, dass die DNA sich verändert. Das geht also nicht nur den nächsten, auch die nachfolgenden Generationen. Und das war für Sie natürlich auch eine ganz besondere Erfahrung. Und deswegen sind Sie auf die Spurensuche Ihrer Großväter gegangen. Das heißt, beide Großväter waren im Krieg in Russland. Und Sie sind dann nach Russland gefahren, nach Weißrussland, wo Ihr Opa, also der Großvater Hans war. Und sind mit Ihrem Vater, also dem Sohn von Hans, dorthin gefahren. Und wir haben dann schon ein paar Eindrücke gewonnen. Und da werden wir dann nachher weitermachen. Jetzt sind wir sozusagen auf dem Stand. Und vorab würde ich Ihnen aber gerne diese persönlichen Fragen stellen. Und zwar haben Sie ja hier in Ludwigsburg an der Filmakademie studiert. Haben Sie eigentlich von Anfang an, Herr Heinzli, gedacht, ich werde Dokumentarfilmer? Oder wie sind Sie darauf gekommen? Was war Ihre Motivation? Als kleiner Junge hatte ich schon den Traum, dass ich gerne Schriftsteller werden würde oder gerne schreiben würde. Das hat sich dann erst mal nicht direkt so verwirklicht. Ich bin dann eher pragmatisch rangegangen, habe erst mal den Weg zum Journalismus gesucht nach der Schule. Und habe dann auch als freier Journalist während meines Studiums gearbeitet. Damals erst in Köln beim Kölner Stadtanzeiger. Und später war ich dann in Berlin, auch habe für die Tageszeitung geschrieben. Und für weitere Magazine. Und ja, habe irgendwann gemerkt, oder bin dann in Kontakt gekommen, auch mit Kameras und über mein Studium. Ich habe damals in Köln Theater, Film und Fernsehwissenschaften studiert. Da konnte man dann während des Studiums auch so kleine Filme drehen. Und ich habe dann gemerkt, dass mich das viel mehr interessiert als die theoretischen Inhalte. Nur leider wurde das überhaupt nicht anerkannt. Und also, ich konnte dann, ich habe dann zwar viel produziert, aber das wurde mir gar nicht angerechnet als Studienleistung. Und dann habe ich gemerkt, irgendwie bin ich da falsch in diesem System. Und habe dann angefangen, selber auch Filme zu machen. Erst mal mit Freunden. Habe zum Beispiel den Film gemacht. Das war mein erster längerer Film. B24, 24 Stunden Berlin. Das war so ein Experiment. Da sind wir einfach mit der Kamera los, 24 Stunden am Stück. Und haben einfach geguckt, wer begegnet uns in der Stadt. Ja, also welche Menschen treffen wir. Ja, hier sieht man das Filmplakat auch noch von damals. Genau, also das war so ein Experiment. Und wir haben die Leute einfach gefragt, können wir euch ein Stück weit begleiten? Und dann sind wir einfach mit den Leuten gegangen. Und wenn jemand anders den Weg gekreuzt hat, der uns interessiert hat, sind wir dem gefolgt. Und das ist vielleicht auch so ein bisschen das, was mich am Dokumentarfilm von Anfang an fasziniert hat. So die, nicht zu wissen, was passiert. Man geht mit einer Frage los. Unsere Frage war bei diesem Film, ja, was ist Berlin für eine Stadt? Wohin geht Berlin? Was ist so das Lebensgefühl von Berlin? Und das, was wir dann aber natürlich nicht wissen konnten, wo uns diese Reise hinführt. Und wir haben total spannende Leute kennengelernt. Von einem Müllmann bis zum Galeristen. Jemanden, der bei Udo Wald sich die Haare schneiden lässt. Also einfach zufällig. Das ist alles so zufällig passiert. Und in Anführungszeichen zufällig. Und ja, so ist meine Herangehensweise auch ein bisschen der Dokumentarfilm. Ich arbeite meistens ohne ein festes Drehbuch. Das heißt, ich gehe los und lasse mich überraschen davon, was das Leben für Geschichten erzählt. Und ich habe ja im Laufe der Jahre eben dann, also dann bin ich quasi weg von dem Journalismus und habe mich mehr dem Dokumentarfilm verschrieben. Habe dann erstmal lange selber Filme gemacht und bin irgendwann dann nochmal auch an die Filmhochschule gegangen. Das war so der Zeitpunkt auch, als mein erster Kinofilm ungefähr ins Kino kam. War 2005, glaube ich, 89 Millimeter. Mein erster Film, den ich dann auch in Weißrussland gedreht habe. Genau. Das war so mein erstes Mal im Osten, in Osteuropa. Über den Kontakt in Berlin habe ich einen Weißrussen kennengelernt dort, der mit mir ein Praktikum gemeinsam gemacht hat. Und wir waren damals mehrere junge Leute und kannten alle, wussten alle gar nichts über dieses Land. Und so hat es mich dann mit ihm, sind wir dann nach Weißrussland gefahren, für eine Woche erstmal. Und im Anschluss bin ich dann immer wieder hingefahren und habe dort junge Menschen begleitet, die in Weißrussland leben. Und war selber Mitte 20 und habe mich so gefragt, ja, wie geht es den Menschen meines Alters dort? Wie nehmen die die politische Situation wahr? Daraus ist dann 89 Millimeter geworden. Und das war dann mein erster Kinofilm, der dann auch zu meiner Überraschung selber dann erstmal so richtig ins Kino kam. Und dann parallel wurde ich dann angenommen an der Filmhochschule in Ludwigsburg. Erstmal nach vielen Absagen von anderen Filmhochschulen wurde ich dann dort und auch in München genommen. Und dann kam mein Film ins Kino und alle haben gesagt, ja, bist du verrückt? Jetzt, wo dein erster Film im Kino läuft, jetzt gehst du nochmal an die Filmhochschule. Aber ich habe das kein einziges Mal bereut, weil ich dann dort die Gelegenheit hatte, auch viele Experimente zu machen. Und mich auszuprobieren, was auf dem freien Markt wahrscheinlich nicht so einfach gewesen wäre. Seit wann produzieren Sie eigentlich Dokumentarfilme denn für den Krieg in mir? Da haben Sie ja sechs Jahre gearbeitet. Ich frage mich gerade bei allen Projekten, die wir jetzt gehört haben. Sie sind ja noch gar nicht so alt. Ja, seit wann mache ich Filme? Also ich habe meinen allerersten Kurzfilm habe ich im Jahr 2000 gedreht. Da war ich 21 und das war ein kurzer Spielfilm. Und seitdem mache ich im Grunde Filme. Also das sind jetzt 20 Jahre immerhin. Und jetzt sieht man hier, genau, das ist ein Film, den ich an der Filmhochschule gedreht habe, in Ludwigsburg, quasi bei Ihnen um die Ecke. Da bin ich, da war man, da fand ich es interessant. Es gab, es gibt so viele türkische Busfahrer in Ludwigsburg. Und ich habe mich gefragt, warum gibt es so viele türkische Busfahrer? Und dann habe ich einen von denen angesprochen, habe den näher kennengelernt. Das ist der ja und der hatte eine unglaubliche Lebensgeschichte. Würde man jetzt von einem Busfahrer erst mal gar nicht so erwarten. Ein politischer Aktivist, Schauspieler, der sogar schon mal mit einem Film in Cannes war. Und über den habe ich dann auch ein kurzes Porträt gemacht. Ein Film, der während meines Studiums dort entstanden ist. Und ja, der wahrscheinlich auch im Kino bei Ihnen lief, wo Sie jetzt gerade sitzen. Wohin, im Moment, der lief im Caligari, Sie sind ja im Skala. Ja, wir sind im Skala hier, genau. Aber genau, auch eine Ludwigsburger Geschichte. Welche, ah, da kommen noch andere. Ja, und im Laufe der Jahre hat es mich einfach immer wieder nach Weißrussland gezogen. Das ist der 89 Millimeter der Film. Und später habe ich noch einen anderen Film gedreht. Die Deutschen sind zurück dort. Ein Film über ein Jugendprojekt, über Jugendliche, die dort in die Provinz fahren, um die Häuser zu renovieren von alten Menschen. Die teilweise selber noch den Krieg erlebt haben. Und ja, und das war, ich glaube, das war im Jahr 2013. Und oft hatten diese Filme, die ich dort in Weißrussland gedreht habe, hatten eben so Berührungspunkte mit dem Krieg auch. Und so bin ich ja dann auch zu der Frage gekommen, also was zieht mich eigentlich immer wieder in dieses Land? Und ich fand eben besonders berührend auch die Begegnung eben dort mit den alten Menschen. Auch wie die dort leben, wie in den Dörfern die Menschen leben. Und auf mich hat das am Anfang sehr, sehr ursprünglich dann noch auch so gewirkt, dass das Wasser noch aus dem Brunnen kommt. Und das war dann für mich ein bisschen wie so eine Zeitreise auch. Ich konnte mir dann auch vielleicht besser vorstellen, wie meine Großeltern oder Urgroßeltern gelebt haben. Und zugleich habe ich eine große Offenheit erlebt uns gegenüber. Uns auch als Deutsche, als Deutsche gerade sozusagen dort zu sein, war für mich immer wieder sehr berührt und sehr bewegend, diese Begegnung dort. Genau, das ist jetzt so ein bisschen wie eine DIA-Show gerade, merke ich. Also genau, das ist ein anderer Film, der spielt jetzt nicht in Weißrussland, Lost Paradise. Das ist ein Film, den ich in der Ukraine gedreht habe. Also ist das Nachbarland. Und dort, das basiert auf einer eigenen Kindheitserinnerung eigentlich von mir. Also Lost Paradise ist ja das verlorene Paradies. Und ich habe, als ich sieben Jahre alt war, war ich, ist die Katastrophe von Tschernobyl passiert. Und ich habe damals gerne, ich war da, wir hatten einen schönen Garten zu Hause und ich habe gerne Gänseblümchen gegessen aus dem Garten. Und dann hieß es, meine Mutter hat dann gesagt, ja, jetzt darfst du keine Gänseblümchen mehr essen. Es ist eine Katastrophe passiert und ein Unfall. Und ja, irgendwie war das für mich so wie das Ende der Kindheit im Grunde. Also jetzt so im Rückblick so ein bisschen so wie das Gefühl, ja, da ist irgendwie so ein Paradies verloren gegangen. Also etwas, was unwiederbringlich ist auf eine Art. Und dann habe ich mich sozusagen, dann habe ich mich auf die Suche gemacht, jetzt dann 20 Jahre später, während meines Studiums war das auch, nach Menschen aus meiner Generation, die diese Katastrophe dort erlebt haben damals. Und bin dann an diesen Ort gereist, auch in die Stadt, wo der Reaktor stand, und habe mit einer jungen Ukrainerin gedreht, die in dieser Stadt gelebt hat. Und wir haben uns dann gemeinsam auf die Suche gemacht nach ihrer ehemaligen Wohnung, also dort, wo sie gelebt hat, also was heute eine Geisterstadt ist, Pripyat. Und haben die dann tatsächlich auch gefunden und daraus haben sich wiederum weitere Begegnungen entwickelt. Auch ein sehr, sehr spannendes Projekt gewesen für mich. Die Auseinandersetzung eigentlich mit dem Thema Heimat, also was ist Heimat und was, ja, wie begreife ich Heimat? An diesem Ort war das wie so eine Art konservierte Heimat, ja. Also da hat erst die Zeit ja auch wie stehen geblieben, ja. Die Natur holt sich das zurück. Und das war für mich auch als Filmemacher faszinierend, so dann das zu begleiten, das zu sehen und auch mich selber da sozusagen diese Welt auch kennenzulernen, was ich früher halt als Kind war weit entfernt. Diese Katastrophe, irgendwie hat es mich da hingezogen, so diesen Ort selber kennenzulernen und mit den Menschen zu sprechen, die das auch dort vor Ort erlebt haben. Ja, soll ich jetzt einfach weitererzählen über die Filme? Ist das interessant für euch? Vielleicht können wir ein bisschen schneller die Titel sehen oder war das schon der letzte? Gut, jedenfalls ganz herzlichen Dank, Herr Heinzel. Ich fand es jetzt sehr spannend, einfach zu sehen, was Sie schon alles erarbeitet haben, welche Themen Sie aufgegriffen haben. Jetzt habe ich noch eine letzte Frage, bevor wir zum Film gehen. Sie sind ja auch Dozent und arbeiten an Hochschulen und die Frage mal im In- und Ausland habe ich gelesen. Wo sind Sie da? Ja, also ich war unter anderem oft in Weißrussland und in Russland eingeladen, an Universitäten. Ich habe weißrussischen Deutschstudenten einen Filmworkshop gegeben in Baranovitchi. Den Ort hatten wir letztes Mal schon. Interessanterweise der Ort, wo mein Großvater damals im Krieg war. Dahin war ich eingeladen, das wusste ich aber zu dem Zeitpunkt noch gar nicht. Das kam erst später raus, während meiner Recherche für das Projekt, dass mein Großvater auch in dieser Stadt war. Und dort habe ich einen Filmworkshop gegeben an der Universität, später noch einen in Russland, in Voronezh. Und ich habe jetzt öfter auch unterrichtet in der Schweiz an der Hochschule für Kunst und Design in Luzern und habe dort mit Studenten gearbeitet, die dort Diplom machen und habe dort auch einen Workshop gemacht, auch so zum Thema biografisches Erzählen. Also es war auch sehr interessant zu sehen, wie die Studenten damit umgehen. Meine Filme sind einfach oft auch biografisch inspiriert und ich habe dann auch die Studenten dazu angeregt, mal so zu schauen, was sie aus ihrem eigenen Leben, was da für Themen entstehen können und wie man das dann filmisch umsetzen kann. Ja, aber nun zurück zu Ihrem Film, Herr Heinzel. Das letzte Mal haben wir erfahren, dass Sie mit Ihrem Vater an viele Orte gereist sind, an denen auch Ihr Großvater Hans war. Und dort haben Sie ein paar Zeitzeugen getroffen. Wie war das für Sie? Ja, ich habe es ja vorher schon kurz gesagt. Das war nicht das erste Mal, dass ich dort in der Provinz war. Ich habe immer wieder erlebt, dass auf allen meinen Reisen dorthin, dass es eben so eine große Offenheit gibt und Deutschen auch gegenüber speziell. Und ich habe auch auf dieser Reise viele Menschen getroffen, die uns sehr aufgeschlossen gegenüber waren. Nicht nur, es gab auch eine Begegnung, da zeigen wir gleich mal einen Filmausschnitt, wo es auch einen Mann gab, der sehr skeptisch, sage ich mal, auch auf uns reagiert hat, aufgrund seiner eigenen Familiengeschichte, denke ich. Und für mich sind das aber immer, ja, also waren das sehr berührende Begegnungen, die auch immer viel in mir ausgelöst haben. Das war ja der 86-jährige Michael, der war damals neun Jahre alt. Und man muss ja auch wissen, dass Belarus ja das Land war, das wohl am allerschlimmsten vom Krieg betroffen war. Herr Heinzel, wie waren die Reaktionen bei Ihnen und Ihrem Vater darauf? Haben Sie sich Gedanken gemacht, ob Ihr Großvater Hans Opfer oder Täter war? Also die Frage ist, war mein Großvater Täter oder Opfer, wie ich das selber sehe? Ja, also das ist schwierig zu beantworten, weil ich denke, es ist weder das eine noch das andere, beziehungsweise ein Sowohl-als-auch eigentlich. Ich denke, mein Großvater war, also ich konnte nicht genau herausfinden, was er im Krieg gemacht hat. Wir konnten, über unsere Archivrecherche konnten wir herausfinden, dass er, ja, dass er Teil des Russland-Feldzugs war, dass er als Unteroffizier in einer Flak-Einheit gedient hat. Das heißt, er war meistens nicht direkt vorne an der Front, sondern etwas im rückwärtigen Gebiet. Und, also natürlich auch an der Front, aber halt nicht sozusagen wie mein anderer Großvater, der direkt als MG-Schütze dort involviert war in den Krieg. Das ist nochmal was anderes. Also, und wir haben auch recherchiert, inwieweit war seine Einheit oder er selbst möglicherweise auch an Kriegsverbrechen oder so beteiligt. Da konnten wir nichts Konkretes herausfinden. Und, ja, je mehr ich mich mit diesem gesamten Thema beschäftigt habe, desto klarer ist mir auch geworden, dass, ja, dass es auch schwer zu sagen ist, war jemand Täter oder Opfer. Also, ich glaube, es ist eben wirklich beides. Ja, also viele von den Wehrmachtsoldaten, die dort im Einsatz waren, waren sehr jung, als sie in diesen Krieg geraten sind. Meine beiden Großväter auch. Ein Großverwatter war 17, der andere Anfang 20. Man ist natürlich einerseits Opfer dieses Systems gewesen, denke ich. Je nachdem, wie man sich dann halt selbst beteiligt hat an diesem Krieg, wurde man dann auch zum Täter. Und ich denke, da hat man natürlich einen gewissen Spielraum gehabt, was die eigene Entscheidung anbelangt, daran teilzunehmen oder nicht. Aber natürlich ist dieser Spielraum, dieser Handlungsspielraum auch relativ eng gesteckt innerhalb einer solchen Operation in der Größenordnung. Also für mich, ich bin so zu dem Ergebnis für mich gekommen, ja, er war wahrscheinlich Täter und Opfer. Er war beides. Und ich glaube, das ist auch eine Sichtweise, die vielleicht wichtig ist, gerade in so Zeiten, wo gesellschaftlich so stark polarisiert wird. Wir leben ja in so einer Zeit, wo es immer das eine oder das andere, entweder man ist für etwas oder gegen etwas. Entweder man ist jetzt für die Einwanderung von Flüchtlingen oder man ist dagegen. Entweder man ist, man glaubt an Corona oder man glaubt nicht an Corona. Also da gibt es auch bei diesem Thema Zweiter Weckkrieg, was wirklich ein sehr großes und auch teilweise sehr schweres Thema ist, finde ich es auch da wichtig, zu einer Mitte zu finden. Also innerlich zu einer Mitte zu finden, dass man sich das relativ mit klaren Augen anschauen kann und sagt, ja, es ist wichtig, es differenziert zu betrachten. Ja, jede einzelne Geschichte, jede einzelne Geschichte unter die Lupe zu nehmen. Und ich habe das halt im Rahmen meiner eigenen Familiengeschichte jetzt gemacht, diese Recherche und gemerkt, ich komme an vielen Stellen nicht weiter. Das gibt blinde Flecken. Ich kann, ich weiß nicht genau, was damals passiert ist, aber man kann mit ziemlich großer Sicherheit sagen, dass, ja, dass mein Großvater sowohl ein Täter als auch ein Opfer in diesem Krieg war. Ja, besonders eindrucksvoll war ja die Begegnung mit einer weiteren Zeitzeugin, einer alten Bäuerin. Argentina hat ja einen ganz wichtigen Satz gesagt, der für viele ja eine Entlastung sein kann, um mit dieser Geschichte umzugehen. Was hat die Aussage für Sie bedeutet, Herr Heinzel? So, jetzt. Sie meinen, welchen Satz meinen Sie genau? Ja, das ist der, auf Seite 99 steht. In meinem Buch. Ja, in Ihrem Buch, ja. Ich habe auch Ihr Buch gelesen, ja. Ja, jetzt muss ich selber mal genau gucken. Ja, das ist der Satz, er muss es selbst verantworten. Okay. Ja, das ist die Frage der Verantwortung. Ja, vielleicht kann ich gleich auch mal noch einen kurzen Part aus dem Buch vorlesen, diese Stelle dazu. Ja, aber vielleicht vorab, das ist ja das auch, was in dieser Szene gerade ziemlich gut zum Ausdruck kommt, dass Valentina vielleicht auch durch ihren Glauben oder über ihren Glauben zu so einer Haltung gefunden hat, dass sie die Verantwortung nicht in meiner Generation sieht, sondern halt die Generation, also mein Großvater ist, wenn dann, nur selbst dafür verantwortlich und er muss sich dann sozusagen auch vor seinem Gott dafür verantworten, nicht ich. Und ich bin jetzt selbst nicht in diesem christlichen Glauben so stark verankert wie Sie, aber ich konnte damit schon was anfangen und im Grunde hat es mich auch ein Stück weit entlastet auf eine Art, das von ihr zu hören als einer Überlebenden, die selbst, ja, selbst sehr negative Erfahrungen gemacht hat im Krieg und trotzdem mit so einer sehr vergebenen Haltung auf mich zugegangen ist. Also das hatte so eine großmütterliche Herzlichkeit, die mir sehr gut getan hat. Und ich kann jetzt gerne mal aus dem Buch, also im Buch ist es so, da reflektiere ich die, ja, die Szenen, die im Film stattfinden, auch noch ein bisschen tiefer gehend und kann ich gerne mal einen Abschnitt aus dem Kapitel über Valentina vorlesen, der dazu passt. Auch wenn ich weiß, dass Valentinas Worte kein Beweis für die Unschuld meines Großvaters sind, erleichtert mich ihre vergebende Haltung. Es stellt eine Verbindung zwischen uns her, die etwas sehr Versöhnliches hat. Ich könnte ihr Enkel sein. Hast du schon eine Familie, fragt sie mich. Ja, antworte ich, ich habe zwei Kinder, die fünf und acht Jahre alt sind. Ich erzähle ihr, dass meine Tochter seit der ersten Klasse Russisch in der Waldorfschule lernt. Valentina ist überrascht. Wirklich? Früher stand die russische Sprache in hohem Ansehen. Wir haben in der Schule Deutsch gelernt und heutzutage wird in der Schule Russisch und Englisch gelernt. Sprechen Sie noch ein wenig Deutsch, frage ich sie. Nein, ich habe ein schlechtes Gedächtnis, antwortet Valentina auf Weißrussisch. Sie holt ein Foto ihres Bruders und erzählt mir, dass er auch mit ihr im Lager war. Nach dem Krieg diente er bei der russischen Armee. Im vergangenen Jahr starb er im Alter von 90 Jahren. Viele sagen, wir leben so lange, weil wir als Kinder gehungert haben und uns an alle Lebensbedingungen gewöhnen konnten, wissen Sie? Das ist der Grund, warum wir so lange leben. Als wir in den Alpen waren, also sie war im Krieg auch in den Alpen später, als sie in Gefangenschaft war, als wir in den Alpen waren, schliefen wir auf dem Schnee und niemand war krank. Gott hat uns beschützt, aber jetzt ist es bald Zeit für uns zu sterben. Valentina will eine Kerze auf ihrem Altar anzünden, doch sie hat Schwierigkeiten zu sehen, ob das Streichholz schon brennt. Ich bin schon blind geworden, sagt sie und beginnt zu beten. Lieber Gott, Vater des Himmels, mein Retter, beschütze mich und rette mich vor allen Schwierigkeiten. Ich verneige mich vor dir, Gott. Gib mir bitte Kraft, noch lange zu leben, damit ich mich an meine Familienangehörigen erinnere und für sie bete. Hilf mir Gott, bis zu meinem letzten Tag mit meinen Augen zu sehen und auf den Beinen in die Kirche zu gehen. Rette und beschütze mich, lieber Gott. Bevor wir uns verabschieden, frage ich Valentina noch, was für einen Beruf sie gelernt hat. Ich bin überrascht, als sie mir erzählt, dass sie eine technische Ausbildung zur Flugzeugmechanikerin gemacht hat und später als Telegrafistin für den Geheimdienst tätig war. Was haben sie denn dort gemacht, frage ich sie. Als Telegrafistin ging ich ans Telefon und arbeitete an einer Schreibmaschine und bei der Produktion der Flugzeuge war ich für die Ausrüstung verantwortlich. Ich habe Anweisungen für den Betrieb aller eingebauten Geräte im Flugzeug gegeben. Ich kann kaum glauben, was für ein bewegtes Leben diese alte, unscheinbare Frau hinter sich hat. Es stellt sich heraus, dass sie auf dem Militärflughafen in Baranovici gearbeitet hat. Auf diesem Flugplatz war mein Großvater als Unteroffizier der Luftwaffe mit großer Wahrscheinlichkeit im Krieg stationiert. Ich habe auch in der Luftabwehr gearbeitet, sagt sie zum Abschied. Lassen Sie Ihren Großvater friedlich schlafen. Wenn er etwas Schlechtes gemacht hat, muss er es schon verantworten, nicht wahr? Vor der Tür machen wir noch ein paar gemeinsame Fotos. Ich lege den Arm um Valentina. Sie schaut mich lachend an. Viele Goldzähne strahlen mir aus ihrem Mund entgegen. Ich habe eine Freundin in Baranovici gefunden, denke ich in diesem Moment. Vielen Dank. Ja, ich möchte an dieser Stelle ein bisschen auch Anwalt der anderen Teilnehmer sein und eine Frage von Udo Grausam hier mit einbringen. Er fragt, ob Sie selber auch Wehrdienst geleistet haben, also sozusagen die heutige Bundeswehr kennen, das heutige Militärsystem. Und wie Sie das so im Vergleich sehen zu dem Militärsystem, in dem Ihr Großvater sozusagen agiert hat. So verstehe ich den Herrn Grausam. Ich frage es auch an dieser Stelle, weil wir ja gleich auch noch junge Soldaten sehen werden in der nächsten Szene. Ich kann da nicht mit eigener Erfahrung dienen, da ich den Wehrdienst damals verweigert habe. Also bei der Musterung und in dem Schreiben, was ich dann auch an die Behörde geschickt habe, habe ich auch ganz, ganz speziell auf die Geschichte meiner Großväter verwiesen und habe damals auch gesagt, ich will keine Waffe in die Hand nehmen. Und insofern kann ich jetzt natürlich nicht, kann ich das eigentlich gar nicht wirklich vergleichen, dass, ich sag mal, das System der Bundeswehr mit dem System der Wehrmacht oder so, da fehlt mir wirklich die Innenansicht. Ich habe nur gemerkt, ich glaube, ich kann mich selber sehr schwer in ein solches System einfügen. Und mich hat es aber interessiert, dann auch während meines Filmprojekts, wie fühlt es sich an, Soldat zu sein? Und wie ist es zum Beispiel, in so einer Uniform zu stecken? Was hat mein Großvater dort erlebt? Was hat er für Erfahrungen gemacht? Wie kann ich mir das vorstellen konkret? Das sind so Fragen, die ich hatte damals. Dankeschön. Ja, in diesem Zusammenhang war für mich ja verblüffend, diese Szenen im Freilichtmuseum Stalinein. Das wird von vielen Menschen, sogar von Familien mit Kindern besucht wird. Dort finden groß angelegte Reinszenierungen von Schlachten des Ersten und Zweiten Weltkrieges, also des großen vaterländischen Krieges statt. Können Sie uns das schildern und vielleicht ein bisschen auch veranschaulichen, damit wir das besser verstehen können? Ja, also ich habe diesen Kontakt bekommen über meinen Übersetzer, mit dem ich dort vor Ort gearbeitet habe. Also mein Russisch ist nicht ausreichend gewesen, um den Film zu drehen. Und dann habe ich einen Übersetzer dabei gehabt, der auch für uns mit organisiert hat. Und der kannte eben diese Stalin-Line. Der hatte dort schon mal für die BBC gedreht. Und das ist ein Militärkomplex, ein historisches Museum, könnte man sagen, etwas außerhalb von Minsk gelegen. Und ich habe dann erst mal den Leiter kennengelernt von der Stalin-Line. Sascha, ein junger Mann in meinem Alter, auch Familienvater. Und ja, und ich war sehr abgeschreckt von dem, was dort passiert. Also man wird da, kommt da rein, wird erst mal begrüßt mit einer Büste von Stalin. Sehr unvorstellbar. Also sowas, wenn man es jetzt überträgt auf Deutschland, man hätte hier den Adolf-Hitler-Themenpark, wo dann auch Inszenierungen stattfinden von Schlachten aus dem Zweiten Weltkrieg. Und ja, deswegen war ich da erst mal sehr befremdet. Aber der Mann, der das leitet, der war mir sympathisch. Und mit dem bin ich gut in Kontakt gekommen. Und wir haben uns dann auch währenddessen viel darüber ausgetauscht, was sie da eigentlich machen und wie sie das angehen. Offensichtlich geht man in Weißrussland mit dem Krieg vollkommen anders um, als das bei uns zum Beispiel der Fall ist. Dass so viele Kinder an den Vorführungen teilgenommen haben, wie erging es Ihnen damit, Herr Heinzel? Ja, ich fand das völlig befremdlich. Also allein schon, dass man sieht es ja auch in dem Ausschnitt, dass da die Eltern sich mit den Kindern fotografieren lassen mit Stahlhelm und Maschinengewehr. Also das war mir völlig fremd. Und ich, ja, das ist ja auch das letzte Gespräch, was ich mit Sascha darüber habe. Da kommt es ja auch zum Ausdruck, dass wir da wirklich ganz, auf ganz unterschiedlichen, in ganz unterschiedlichen Welten leben. Er hat Kinder und er lässt sie da auch an diesen Inszenierungen teilnehmen. Sie sind schon im jugendlichen Alter. Ich muss dazu sagen, meine Kinder sind jetzt noch etwas jünger. Aber ich hätte große Bedenken, irgendwie sie dem auszusetzen und auch solchen Vorführungen auszusetzen. Aber ich glaube, um das zu verstehen, muss man auch ein bisschen begreifen, wie die Erinnerungskultur in Weißrussland funktioniert und wie sie bei uns ist. Das findet ja unter komplett unterschiedlichen Vorzeichen statt. Also in Weißrussland, und ich denke auch in Russland ist es ähnlich, steht ja im Vordergrund der Siegesmythos, die Erzählung des Sieges sozusagen. Also da ist die Geschichte von den Gewinnern geschrieben und jedes Jahr wird auf neue Weise am 9. Mai an den Sieg erinnert. Und das ist natürlich auf eine Art ist das Propaganda und das, was da passiert in der Stalin-Line, ist eine große Propaganda-Veranstaltung auch. Also die, ja, man müsste sich das vorstellen. Also die Zuschauer jubeln dann halt auch dem Gewinnern dann am Ende zu. Das ist für mich als Deutscher völlig fremd. Bei uns steht ja Auseinandersetzung mit der Geschichte immer unter dem Vorzeichen Schuld. Also es ist sozusagen gar nicht, ja, es ist gar nicht möglich, dass wir uns auf so eine Weise damit auseinandersetzen, was auch gut so ist, weil ich will auch nicht auf die Siegesseite wechseln. Aber ich glaube, es gibt sozusagen auf beiden Seiten eine Schieflage. Also wir sind in der Schuld verhaftet, während auf der anderen Seite es immer wieder um den Sieg geht. Und eigentlich kann man auf beiden Seiten nicht wirklich, verweigert man sich einer wirklichen Auseinandersetzung mit dem, was tatsächlich passiert ist, ja, indem man immer nur eine Geschichte erzählt, die Geschichte von Sieg oder die Geschichte von Schuld, verweigert man sich einer, also einer richtigen Auseinandersetzung eigentlich mit diesem Thema. Und insofern fand ich das interessant, mich mal dieser anderen Seite dann auch auszusetzen und zu sehen, ja, wie gehen Weißrussen mit der Geschichte um, wie ist es, sich das genauer anzuschauen. Also ich wollte mich dem auch nicht, ich wollte nicht sagen, ich verurteile das jetzt, ja, sondern ich wollte es mir dann genauer anschauen und habe den Sascha besser kennengelernt und hat mich dann später ja auch eingeladen, selber teilzunehmen an so einer Inszenierung. Und wahrscheinlich gibt es da auch in mir, so wie in vier, also ich sehe das ja auch, ich habe selber einen Sohn und sehe die Faszination, wie das bei kleinen Jungen eben ist, auch für Waffen und sich damit auseinanderzusetzen, um Krieg zu spielen, ja. Und wahrscheinlich gab es auch so einen kleinen Anteil in mir, der auch gerne mal wissen wollte, wie das eigentlich ist, eine Ahnung davon bekommen wollte, wie es ist, ja, Krieg zu spielen. Und gleichzeitig aber auch mich damit auseinanderzusetzen, wie es wohl meinem Großvater erging. Also das waren verschiedene Aspekte, die dann dazu geführt haben, dass ich dann am Ende tatsächlich an so einer Inszenierung auch teilgenommen habe dort. Ja, ja, Sie hatten ja an diesem Tag des Sieges am 9. Mai ein ganz besonderes Erlebnis dort in der Stalin-Line. Da wurde die Schlacht um Berlin ja nachgestellt und Sie mittendrin. Wie ist es Ihnen dabei ergangen, Herr Heinzel? Ja, also ich hatte sehr gemischte Gefühle dabei. Ich hatte so einen inneren Widerstand, auch daran teilzunehmen. Und ich habe den dann dadurch überwunden, dass ich mir überlegt habe, da quasi was Eigenes draus zu machen für mich aus dieser Erfahrung. Und meine Entscheidung war dann, dass ich mich verwunden lasse, weil meine beiden Großväter wurden auch im Krieg verwundet. Und zum einen war das wie ein Ausweg. Also ich habe gemerkt, ich will eigentlich nicht da mit dem Gewehr rumballern und an dieser Schlacht teilnehmen, um da rauszukommen. Und zum anderen war es auch, glaube ich, vielleicht so der Wunsch oder vielleicht auch unbewusst, so dieses, auch das vielleicht so ein Stück weit im Spiel nachzuerleben, was meine Großväter erlebt haben. Und auf eine Art bin ich ihnen dadurch auch näher gekommen. Also ich habe dann zum Beispiel auch, mir ist dann auch klar geworden, dass sie wahrscheinlich, also dass die Verwundung auch ein Grund dafür ist, dass beide meiner Großväter den Krieg überlebt haben. Also das Glück im Unglück auch zu sehen. Also vielleicht werden sie in eine russische Kriegsgefangenschaft geraten oder werden gestorben, wenn sie nicht vorzeitig verwundet worden sind, wären. Und gleichzeitig bin ich über diese Verwundung, bin ich dann auch in Kontakt gekommen mit den anderen Soldaten, mit den Sanitäterinnen, die mich da verarztet haben. Und ich sage ja auch im Film, ich habe mich dann irgendwie zugehörig gefühlt. Ja, also ich war Teil, ich war dann viel mehr Teil dieser Gruppe als in meiner Rolle, in meiner unfreiwilligen Rolle als Kommandant, der die anderen befehligt. Und ja, ich war dann froh, als es vorbei war auch. Und vielleicht doch vorab, was auch gut für mich war, ich konnte in dieser Rolle so diesen ganzen Wahnsinn mal rausschreien, den ich diesem Spektakel und auch dem Krieg generell gegenüber empfinde. Also das hat mir wie so die Möglichkeit gegeben, im Spiel das zu äußern, was ich dem Krieg eigentlich gegenüber immer empfinde. Dass es so eine Ohnmacht und so ein Wahnsinn ist, was da passiert. Und dass man froh sein kann, wenn man da irgendwie heil rauskommt. Und das war ja dann auch tatsächlich die Schlacht, die dort nachgespielt wurde, war dann auch die letzte, war die Schlacht um Berlin, also die letzte Schlacht des Zweiten Weltkriegs. Und am Ende hieß es dann auch, jetzt ist der Krieg aus. Und ich war erleichtert, als es vorbei war, als ich das dann auch irgendwie überstanden hatte, so für mich. Und diese Uniform noch wieder ausziehen konnte. Also es war ja erstaunlich, dass Sie sich so reingegeben haben. Sie haben es ja gerade auch gesagt, war das für Sie auch, also Retraumatisierung ist das falsche Wort an der Stelle. Aber es hat ja so einen Rückkopplungseffekt im Prinzip an das, was Sie zum einen auch am Anfang des Filmes in Ihrer Traumwelt hatten und auch wiederum zu dem Schicksal Ihrer Großväter. Haben Sie das auch so wahrgenommen, dass da im Prinzip diese genetischen Reste, die da in Ihnen sind, auch ein Stück weit aktiviert werden? Ja, also diese Soundkulisse ist ja täuschend echt. Also das sind quasi, sind zwar Platzpatronen, mit denen da geschossen wird, aber es sind echte Panzer, es sind echte Gewehre, echte Uniformen, teilweise noch wirklich aus dem Zweiten Weltkrieg. Also man kriegt so eine leichte Ahnung davon, wie sich das wohl auch so anhört im Krieg. Und ich glaube, dass ja Geräusche viel auslösen in einem. Und ich glaube, auf dieser Geräuschebene hat es wahrscheinlich schon einige Knöpfe bei mir gedrückt auch. Ich habe mich da nicht wohl gefühlt in dieser Situation. Ich war da jetzt nicht mit so einem Lachen dabei oder so. Es ist ja alles nur ein Spiel, sondern es war schon sehr unangenehm. Und ja, ob das mich jetzt retraumatisiert hat, kann ich nicht sagen. Aber also ich habe dann auch gedacht, ich muss es jetzt auch nicht nochmal machen. Und wie ich das schon geschildert habe, es hatte auch so etwas Kathatisches. Also so eine, wie so, mir das nochmal anzuschauen auf eine Art, auf eine andere Art anzuschauen. War Ihr Vater eigentlich anwesend bei dieser Szene, da in der Stalin-Line? Nein, der war zu dem Zeitpunkt nicht mehr mit uns in Weißrussland. Der ist etwas früher abgereist und war nicht mehr mit dabei. Welche Erfahrungen haben Sie denn auf dieser Reise mit Ihrem Vater gemacht? Ja, also eine zentrale Erfahrung war diese gemeinsame Reise nach Weißrussland. Also, dass wir eben auf den Spuren meines Großvaters gewandelt sind und uns die Orte angeschaut haben, wo er im Krieg war und dort eben Menschen begegnet sind, die den Krieg selber noch erlebt haben. Das war, glaube ich, somit das Berührendste für uns beide, dass wir das auch gemeinsam machen, diese Reise. Und er da auch diese Offenheit hatte, sich mit diesem Thema auseinanderzusetzen. Das war für mich sehr wichtig. Und für ihn war es sehr wertvoll, weil er sich mit der Geschichte seines eigenen Vaters dadurch noch mal tiefer auseinandersetzen konnte und zu ganz anderen Erkenntnissen gekommen ist. Er hatte immer ein sehr distanziertes Verhältnis zu seinem Vater und das hat sich durch die Reise etwas verändert. Ja, in Ihrem Buch ist ja das dritte Kapitel überschrieben, Versöhnung mit dem Vater. Was bedeutet das für Sie und was ist Ihnen vor allem von dieser gemeinsamen Reise geblieben? Ja, Versöhnung mit dem Vater ist in zweierlei Hinsicht gemeint. Einerseits die Versöhnung mit seinem, also die Versöhnung meines Vaters mit seinem Vater, weil er eben seinen Vater sehr stark verurteilt hat, sein ganzes Leben lang. Und er immer so die Idee hatte, ja, mein Vater war bestimmt ein Kriegsverbrecher. Und durch die Recherche und dadurch, dass wir auch herausgefunden haben, naja, der war jetzt zumindest kein bekannter Kriegsverbrecher, sondern er war eigentlich wahrscheinlich ein gewöhnlicher Wehrmachtssoldat, der wie Millionen andere auch diesen Feldzug mitgemacht hat, hat ihn das, glaube ich, ein Stück weit entlastet, dass sich diese Vermutung, die er sein ganzes Leben lang hatte, nicht so gezeigt hat. Das war das eine. Und das andere war, dass er sich ein Stück weit distanzieren konnte, auch selber Schuld zu tragen für seinen Vater dadurch. Also da hat er ganz klar gesagt, aber das ist für sich zu dieser Erkenntnis gekommen, nein, ich brauche diese Schuld nicht länger zu tragen. Ja, und für mich war das gleichzeitig, war diese gemeinsame Auseinandersetzung mit meinem Vater eine Annäherung an ihn. Also ich bin meinem Vater dadurch näher gekommen. Ich habe mehr über ihn verstanden, über sein Verhältnis zu seinem Vater, wie mich das geprägt hat. Und das hat uns näher gebracht. Und insofern war es ein doppelter Gewinn. Hat die Arbeit an diesem Film Sie weitergebracht, Herr Heinzel? Und Ihre Kriegsträume, haben Sie die immer noch oder können Sie jetzt anders damit umgehen, falls Sie sie noch haben? Ja, also ich träume immer noch vom Krieg. Das hat sich nicht ganz in Luft aufgelöst. Allerdings habe ich das Gefühl, es ist seltener geworden, seitdem ich mich bewusster damit auseinandersetze. Und ich habe, das schildere ich auch im Buch noch ausführlicher, ich habe mich auch damit auseinandergesetzt, mit dem Träumen auch, also nochmal intensiver auch, wie man mit den eigenen Träumen auch arbeiten kann. Und da gibt es eine ganz spannende Methode, die die Verena Kaste entwickelt hat, mit der ich auch daran gearbeitet habe. Das ist eine Tiefenpsychologin und Autorin aus der Schweiz. Und das ist sehr hilfreich, die eigenen Träume im Grunde weiterzudenken. Und das ist so das eine. Und natürlich hat es, also persönlich hat mich das sehr weitergebracht, dieses Projekt. Ich habe sechs Jahre meines Lebens jetzt damit verbracht. In diesen sechs Jahren ist unheimlich viel passiert. Ich sage mal, ein Bruchteil davon ist in dem Film zu sehen. Das ist so die Spitze des Eisbergs, würde ich mal sagen, das, was darunter, vieles, was darunter liegt. Ich habe versucht, vieles noch im Buch auch zu beschreiben, was im Film vielleicht nicht zu zeigen war. Und habe auch versucht, das, was ich an Erkenntnissen gewonnen habe, irgendwie damit weiter, also das war von Anfang an auch mein Impuls, das weitergeben zu wollen. Also ich bin, ich bin im Grunde, sehe ich mich als Stellvertreter für eine Generation oder für, nicht nur für eine Generation im Grunde, für alle Menschen, die sich auf eigene Weise damit beschäftigen möchten, wollen und was Positives auch daraus gewinnen können. Und was zum Beispiel für mich ein großer Gewinn ist, ist das, was wir jetzt hier gerade machen. Also, dass ich über meine Geschichte erzählen kann, dass es andere Menschen gibt, die das interessiert, die daran anknüpfen können, die sich auch davon berührt fühlen. Ich kriege ganz viele Zuschriften, seitdem das Buch veröffentlicht ist und seitdem der Film auf den Markt gekommen ist. ist es einfach, ist da so eine, so ein viel, kriege ich viel Resonanz einfach und ich spüre, dass dieses Thema einfach sehr präsent ist in Deutschland, aber ich denke, es ist im Grunde auch, wäre es auch wichtig, dass auch die anderen europäischen Länder sich das noch stärker anschauen, weil es uns alle irgendwie betrifft und weil es sehr heilsam ist, sich damit auseinanderzusetzen. Also, gerade diese Begegnung, die ich in Weißrussland hatte und habe, das sind, das ist wie ein Brückenschlag für mich. Also, ich habe das Gefühl, dass durch das Aufeinanderzugehen zwischen den Generationen, aber auch zwischen den Nationen, also, dass das viel bewirkt und dass da tatsächlich Kommunikation, Kontakt herrscht, stattfindet, der, man hat ja manchmal das Gefühl, auf der politischen Ebene ist das gar nicht gewollt, dass wir uns gut miteinander verstehen. Deutschland und Russland. Aber ich habe das Gefühl, dass das eine sehr wertvolle und wichtige Verbindung ist, die wir gerade durch die gemeinsame Geschichte haben. Und, ja, deswegen kann ich jedem nur empfehlen, selber auch mal dort in diese Länder zu reisen, wenn man, speziell wenn man dort auch Familiengeschichte hat, in irgendeiner Weise. In Ihrem Buch, finde ich, im Epilog, haben Sie das so wunderbar zusammengefasst. Vielleicht können Sie das noch ein bisschen vorlesen, aus dem Epilog. Gut, dann lese ich zum Abschluss noch mal was vor. Das Kapitel heißt Raus aus dem Wald. Ich habe Opa Hans im Traum getroffen. Wir haben uns ganz förmlich die Hand gegeben. Ich wollte wissen, ob ihm mein Film gefällt. Er war sehr reserviert und zurückhaltend. Ich hatte das Gefühl, dass ich ihn nicht erreichen kann. Das ist ein Auszug aus meinem Traumtagebuch. Der steht so dem Kapitel voran. Es gibt zwei Großväter, die beide eine unterschiedliche Rolle in meinem Leben spielten. Ich habe mich entschieden, mit meinem Vater nach den Spuren seines Vaters zu suchen. Bei meinem Gespräch mit Verena Kast ist mir jedoch deutlich bewusst geworden, dass mich meine Beziehung zu Opa Fritz emotional viel stärker geprägt hat. Bei ihm bin ich aufgewachsen. Zu ihm habe ich ein fast schon väterliches Verhältnis gehabt. Bin ich womöglich den falschen Spuren gefolgt? Halt es mir deshalb zu schwer, loszulassen? Vor diesem Hintergrund wird mir auch klar, warum mein Vater seinen Frieden gefunden hat und ich noch nicht. Für ihn war es die Frage, was sein Vater im Krieg verbrochen hat, die ihn sein ganzes Leben lang beschäftigt und blockiert hat. Die Erkenntnis, dass er nicht für die Taten seines Vaters verantwortlich ist, hat ihn schließlich entlastet und von einem Schuldgefühl befreit, das er lange Zeit mit sich herumgetragen hat. Unsere gemeinsame Reise nach Weißrussland war der Katalysator für seinen Prozess. Wenn ich den Worten der tiefen Psychologin Glauben schenken darf, habe ich mich unbewusst mit den Gefühlen meines Großvaters mütterlicherseits identifiziert. Heimatlosigkeit, Schuld, Verlorenheit, all das, was er aus dem Krieg mit nach Hause brachte und wofür es in der Nachkriegszeit weder Zeit noch Raum gab, es zu verarbeiten. Ich mache meinem Großvater keinen Vorwurf daraus. Fritz hat eine Familie gegründet und trotz seiner Verwundung sein ganzes Leben lang hart gearbeitet, um seine vier Kinder durchs Leben zu bringen. Und vielleicht ist es kein Wunder, dass er gerade mit mir, seinem Enkel, so viel Aufmerksamkeit entgegengebracht hat. Weil ich ihm als kleines Kind eine Nähe gegeben habe, die er an anderer Stelle vielleicht nicht bekommen konnte. Eine ähnliche Beziehung hatte ich später zu meiner Großmutter, die in Trauer und Depression versunken ist, nachdem mein Großvater so früh verstorben ist. Als Kind habe ich die Not meiner Eltern gespürt. Insofern bin ich wohl nicht parentifiziert, sondern opafiziert. Was mache ich nun mit dieser Erkenntnis? Ich merke, dass ich endlich einen Abschluss finden will in der Auseinandersetzung mit der Vergangenheit. Aber geht das überhaupt? Kann ich nun einfach einen Schlussstrich ziehen? Ich denke an die Worte von Diana am Gorki-Park in Minsk, die zu mir gesagt hat, dass es nicht darum geht, zu bewerten, ob das Verhalten meiner Großväter richtig oder falsch war, sondern dass es darum geht, zu hoffen, dass sie stolz auf mich sind. Was passiert, wenn ich mich darauf besinne, was ich an Qualitäten und Ressourcen von meinen Großvätern mitbekommen habe? Wenn ich darüber nachdenke, fällt mir einiges ein. Die liebevolle Art von Opa Fritz, sein geselliges Wesen und sein bedingungsloser Optimismus. Der Humor von Opa Hans, seine Verschmitztheit und sein Unternehmergeist. Der Fleiß meiner beiden Großväter und die Kraft, die sie aufgebracht haben, um Häuser zu bauen, Familien zu gründen und Kinder in die Welt zu setzen, trotz ihrer Traumata. Meine Opas waren keine Helden im Dritten Reich. Sie waren Opfer wie Täter, Mitläufer und gleichzeitig Gefangene eines unmenschlichen Systems. Sie waren geprägt von dieser Zeit und sie haben es geschafft, den Zweiten Weltkrieg zu überleben. Ohne sie würde es mich heute nicht geben. Ich erkenne das an, in all seiner Widersprüchlichkeit. Und ich spüre deutlich, dass es Zeit wird, den Blick nach vorne zu richten, in die Gegenwart, in mein Leben und auf meine Kinder. Sie brauchen mich jetzt mehr als je zuvor, als einen gut gelaunten und präsenten Vater, als jemanden, der ihnen zeigt, wie das Leben Freude macht, wie man gut für sich selbst sorgt und die eigenen Träume verwirklicht. Vielen Dank, Herr Heinzel. Ich übergebe jetzt an Jörg Mayhoff. Er hat die ganze Zeit den Chat beobachtet. Und jetzt? Ja, herzlichen Dank. Ich denke, das hat nochmal tatsächlich auch auf den Punkt gebracht, dass es sozusagen letztlich nicht um permanente Nostalgisierung geht, sondern um das, wie können wir unser Leben heilbringend und heilsam und versöhnt gestalten? Diese Frage war auch im Chat immer schon mal wieder da. Es ging um den Sascha vor allen Dingen, diesen weißrussischen Vater, der sie da in dem Stalinpark begleitet hat, wenn ich das richtig verstanden habe. Und da fragt Udo Grausam, würde Sascha, der weißrussische Vater, zulassen, dass seine Kinder in Weißrussland Wehrdienst leisten? Also die Frage, ja, wie ist denn seine elterliche Verantwortung da ausgeprägt? Wie schätzen Sie das denn ein? Führt dieses Soldatspielen auch automatisch dazu, dass man dann gerne Soldat ist? Also ich bin mir sicher, dass Sascha nichts dagegen hätte, dass seine Kinder Wehrdienst leisten. Seine Söhne in dem Fall. Ich weiß nicht, ist das bei Frauen dort auch möglich? Ja, wahrscheinlich schon. Also auf jeden Fall glaube ich, dass er das, weil das er selber auch, er ist selber auch Soldat, also er war auch als Offizier in der weißrussischen Armee, hat er auch eine Ausbildung gemacht und dort auch verdient eine Weile. Also insofern, ja, lebt er in einer ganz anderen Welt, auch in einer Welt, die sehr militarisiert ist, und die auch die Kinder schon darauf vorbereitet, daran teilzunehmen. Auf der anderen Seite, Franz Rohling hat dann dagegen gestellt, man kann diese Dinge nicht sozusagen verschweigen, auch die Gräuel, die damit zusammenhängen. Und er ist so seinen eigenen Weg gegangen, hat offensichtlich mit einem Schamanen dann zu tun gehabt. Und der hat ihn ganz ähnlich, wie Sie das ja auch gemacht haben quasi, hat ihm empfohlen, das noch mal wieder, oder das Militärische noch mal wieder zu reaktivieren. Also er musste den Stechschritt üben und hat sozusagen über dieses auch Wiedererleben sozusagen einen Schritt persönlicher Heilung auch erfahren. Ja, also finde ich auch einen spannenden Aspekt noch mal. Ja, also ich weiß nicht, ob wir jetzt auch so den, insgesamt jetzt wieder die Stimmen zuschalten und ich weiß nicht, ob Franz vielleicht auch selber noch was dazu sagen möchte. Also diesen Aspekt der Heilung im Wiedererleben oder im, ja, sich noch mal wieder hineinbegeben, spielte eine wichtige Rolle, ja. Und Udo Grausam schreibt später noch, ich fände es gut, wenn Herr Heinzel die Schuld und die Mitschuld seiner Großväter als Soldaten im Zweiten Weltkrieg in Weißrussland heute eingestehen würde. Ja, das könnte aus der Erkenntnis der historischen Fakten kommen. Das kommt im Interview leider nicht so gut rüber. Also, ja, es ist noch mal so die Frage, müssen wir die Schuld, Mitschuld der Großväter noch mal stärker betonen? Ja, ich gebe es einfach jetzt mal so weiter. Ja, also vielleicht gleich zu der letzten Frage. Ich glaube, dass ich, dass ich leugne nicht die Schuld meiner Großväter. Ich habe ja ganz klar gesagt, das habe ich auch gerade noch mal in dem Abschnitt, den ich gerade gelesen habe, gesagt, dass meine Großväter Opfer und Täter waren in diesem Krieg. Ich denke, dass sie durch die Teilnahme an diesem Krieg auch Schuld auf sich geladen haben. Das ist, glaube ich, unvermeidbar sogar, wenn man an so einem Krieg teilnimmt. Insofern erweitere ich eigentlich nur den Blickwinkel darum zu sagen, sie sind nicht nur Täter. Sie sind auch Täter, aber sie sind auch Opfer. Täter und Opfer. Beides, ja. Und Heike Rohmann hat dann noch mal betont, es geht in Deutschland immer um Schuld, also diese offensichtlich Konzentration auf die Schuldfrage. Und sie fragt, aber wo bleibt denn da die Trauer? Ja, dieser andere wesentliche Bereich im Umgang mit all diesen Vorkommnissen der Vergangenheit, ja, mit denen wir ja zu tun haben. Ja, finde ich eine sehr wichtige Frage, weil ich glaube, unter der Schuld liegt noch viel mehr verborgen. Da liegt unter anderem die Trauer, aber auch die Scham und über das, was passiert ist. Und es ist wichtig, sich auch mit anderen Emotionen auseinanderzusetzen, außer mit der Schuldfrage. Das finde ich eine ganz entscheidende Frage. Ja, das doch zuzulassen, ja. Also, ich habe das selber gerade wieder beim Lesen auch gemerkt, obwohl ich jetzt viel über dieses Thema spreche, es berührt mich immer noch sehr tief, auch die Geschichte meiner Großväter. Und auch, ich denke mal, auch die Trauer darüber, was damals passiert ist, ja. Also, auf beiden Seiten, ja. Also, da geht es nicht darum, eine Seite zu nehmen, sondern es geht darum, zu spüren, was ist gewesen, das zu würdigen, was da passiert ist. Auch in der eigenen Familiengeschichte, ja. die die Generationen vor uns, die konnten oft noch gar nicht richtig darüber sprechen, weil sie selber noch zu verhaftet damit waren oder weil der Schmerz auch vielleicht überhaupt zu groß war, um darüber sprechen zu können. und so ist es vielleicht auch an uns, da, das, was noch vielleicht da ist, zum Ausdruck zu bringen, ja, an unerledigten Themen aus dieser Zeit, ja. An dieser Stelle ein herzliches Dankeschön an Sebastian Heinzel, der uns das so wunderbar hier vermittelt, auch lebensgeschichtlich so stark verankert, so glaubhaft vor allen Dingen, so authentisch. Ein herzliches Dankeschön auch an Gabriele Pennekamp, die das Thema hier wirklich so aus eigener Initiative, aus eigener Betroffenheit auch heraus mit eingebracht hat, wunderbar vorbereitet hat. Ich möchte Ihnen allen ganz herzlich danken an dieser Stelle, dass Sie dabei waren. Ich fand auch, es kommen viele Zustimmungen, das ist ein wunderbares oder, wunderbar ist das falsche Wort, aber das ist einfach ein richtig gutes Webinarbar. Ich möchte danken unserer Technik, dem Raimund, die sehen Sie nicht, und der Manuel, unsere Chat- und Zoom-Operator, die das hier mitmachen und, ja, und auch Scala TV, dass es hier möglich ist. Ich wünsche, oder wir wünschen Ihnen allen, dass Sie da Ihren guten Weg finden mit dem Thema und dass es weitergeht. Ich bin überzeugt davon, dass es eine lebensfördernde Maßnahme ist, wenn ich das mal so formulieren darf, dass es hilft, dass Heilung und Versöhnung nicht nur möglich ist, sondern eben tatsächlich auch geschieht. Ja, auch in solchen Webinaren, wie dem, was wir jetzt hier erlebt haben. Ihnen wünschen wir einen guten Tag noch. Alles Gute auf dem weiteren Weg nach Schottland, nach Polen, nach Hamburg, nach München. Also es war wirklich für uns auch eine ganz faszinierende Erfahrung, das zu erleben. Alles, alles Gute Ihnen, einen guten Tag noch und einen guten Tag und Adieu, auf Wiedersehen. Auch von mir ganz herzlichen Dank und alles Gute für Sie, besonders an Sie, Herr Heinzel. Danke. Ja, vielen Dank auch von mir noch zum Abschluss. Erstmal für die Einladung zu diesem Webinar. Das war auch meine Premiere sozusagen und dass sich so viele zugeschaltet haben und dass es technisch alles so wunderbar geklappt hat. Vielen Dank. Und genau, ich tippe gleich nochmal die URL von unserer Homepage auch unten in den Chat. Wer sich für das Buch oder für den Film interessiert, ist herzlich willkommen. Ich verschicke auch gerne signierte Exemplare. Schön. Dankeschön. Vielen Dank. Danke euch. Also, tschüss. Wiedersehen. Tschüss. Tschüss.